Amstel-Land Amstel-Land ist eine Region südlich von Amsterdam in der Provinz Nord-Holland. Das Gebiet ist benannt nach dem Fluss Amstel. Orte Alsmeer, mit dem Dorf Kudelstaat, Amstel-Feen, mit den Dörfern Bovenkerk, Ness-Ande-Amstel, Uta-Kerk-Ande-Amstel-West, De Zwarte-Kat, Diemen-Uta-Amstel, mit den Dörfern Du-Wendrecht, Uta-Kerk-Ande-Amstel und Wefer, Uituorn. Amsterdam wird landläufig nicht zu Amstel-Land gezählt, obwohl die Amstel auch durch die Stadt fließt und der Stadt Name Damm an der Amstel bedeutet. Im Sinne eines Großbereichs Amsterdam meint Amstel-Land aber beides, der dicht besiedelte Bereich Amsterdam und das südlich davon befindliche, dünn besiedelte und oft grüne Amstel-Land. Haarlemmer Meer war früher ein Binnensee am westlichen Rand des Amstel-Landes, heute wird es hinzugezählt. Der Flughafen Amsterdams-Repo liegt auf dem Gelände, die größte Ansiedlung ist Hofdrop. Hintergrund im Mittelalter wurde das Gebiet kultiviert. Die älteste Siedlung ist das heutige Dorf Uta-Kerk-Ande-Amstel, das aus dem 11. Jahrhundert stammt. Im Lauf der Zeit begann die Bevölkerung vom Fluss her das Sumpfgebiet abzugraben, der gestochene Boden wurde zu Dorf verarbeitet und als Brennmaterial verwendet. So entstand wahrscheinlich zu Beginn des 13. JHS das Dorfgebiet, Fenn, westlich von Uta-Kerk mit der Torfstecher-Siedlung Amstel-Feen. Mit dem Bau eines Dams in der Mündung der Amstel entwickelte sich im nördlichen Teil von Nieuwer-Amstel das Fischerdorf Amstel-Reedam, das um 1300 Stadtrechte erlangte. Das Dörfchen wuchs zur Stadt Amstel-Damm, die wegen ihrer Lage an der Zuiderzee immer wichtiger wurde und heute als Amsterdam die Hauptstadt der Niederlande ist. Das Gebiet der Amstel wurde aufgeteilt in Uta-Amstel, rechtes Ufer, und Nieuwer-Amstel, linkes Ufer. Amsterdam wurde selbstständig und begann die gesamte Umgebung zu dominieren. Während des Königreichs Holland war Amstel-Land der Name eines Departements. 1896 und 1921 wurden Teile von Nieuwer-Amstel von der Stadt Amsterdam eingemeindet und an den Ufern der Amstel erschienen Wohngebiete. Südlich der Utrechter Brücke ist das Gelände an Fluss größtenteils unbebaut geblieben. Das bildet jetzt einen der grünen Ränder Amsterdams. Die verschiedenen Kerne unterscheiden sich stark. Amstel-Feen, Düventrecht und Diemen sind reine Schlafstädte, wobei Amstel-Feen einige sehr schöne Hemdteunen, Naturschaugärten, besitzt. Uta-Kerk-Ander-Amstel ist eine der ältesten Siedlungen der Region mit markanten Sehenswürdigkeiten. Als Meer ist vor allem bekannt wegen seiner Blumenversteigerung, größte der Welt, und dem entsprechenden Anbau. Uituan ist eine reiche ländliche Randgemeinde an der Amstel. Verbunden werden die verschiedenen Wohngebiete durch das Grüngebiet Amstel-Land, dem verbliebenen Grüngürtel. Mit dem Flugzeug direkt vor der Haustür von Amstel-Feen und Als Meer liegt er. Von diesem aus fahren verschiedene Buslinien in die Region, und andere die Buslinie 300, die über Amstel-Feen, Uta-Kerk-Ander-Amstel, Piemma die Süd-Tangente Amsterdams abdeckt. Mit der Bahn alle Wege ins Amstel-Land führen mit der Bahn über Utrecht-Zentral. Dort steigt man um in einen niederländischen Intercity oder einen Stopptrain in Richtung Amsterdam. Auf der Strecke gibt es einen Bahnhof in Amstel-Land, Du-Wendrecht, von dem es weiterführende Buslinien in die anderen Ortschaften der Region gibt. Auch vom Bahnhof Amsterdam wie immer fahren Buslinien in die Region. Amstel-Feen hat keinen eigenen Bahnhof. Mit dem Auto Amstel-Land ist wie Amsterdam zu erreichen. Ab dem Autobahnkreuz Auden-Rhein folgst du der A2. An der Abfahrt 2 Holendrecht kannst du über der A9 nach Amstel-Finn und Aalsmeer kommen. Die Ausfahrt 1 der A2 führt direkt nach Uta-Kerk-Ander-Amstel. Mit dem Schiff an einem Nebenflüsschen der Amstel, dem Bouleveig, befindet sich der Yachthafen der WSV Uta-Amstel. Mobilität die Nähe zu Amsterdam beeinflusst das Verkehrsnetz von Amstel-Land, wobei die Verbindungen der verschiedenen Kerne untereinander eher mager ist. Eisenbahn die Zugstrecke von Amsterdam-Zees nach Osten, Goelin Richtung Amersfurt hat in Amstel-Land den Bahnhof Die Emmen, an dem die Stopptrainen nach Hilversüm, Amersfurt und Olmere, Lelys Teut halten. Die Fschi-Paulin, die von Olmere herkommend weiter in Richtung Trepol fährt, hat die Bahnhöfe Die Emmen-Sud, Düventrecht und weiter Amsterdam-Rei und Amsterdam-Zuid. Hier galten die Stopptrainen aus Utrecht-Olmere bzw. Leiden-Trepol. Der Bahnhof Düventrecht liegt zugleich an der Strecke Amsterdam-Zees, Utrecht-Zees, Ränen. Außerdem halten hier Stopptrainen der Relation Alkmaar, Amsterdam-Zees, Gauda, Rotterdam-Zees. Düventrecht ist auch ein Intercity-Halt für Züge aus Repol nach Hannover, Berlin, Städtchen, nach Wolle, Groningen-Lewaden, nach Deventer, Enschede. Amsterdam-Zees ist ein wichtiger Umsteige-Bahnhof für die Metro-Snell-Trem nach Amstelfeen. Metro-Snell-Trem. 50 Gein, Reigersbos, Holendrecht, Bulleweig, Bielmar Arena, Strandlied, Düventrecht, Overamstel, Rai, Station Zeid, Amstelfinseweg und weiter über Lelilan und Slotardeig bis Isolatorweg. 51 vom Zentralstation über Wiesperblein und Amstel-Station, dann Sparklerweg, Overamstel, Rai, Station Zeid, über die Deberlelan, Bulletenfeldat mit Rai, Stationen, weiter nach Amstelfeen, Beneluxbahn, sechs Stationen bis Amstelfeen-Zentrum, dann weitere drei bis Marne, zuletzt durch das Viertel Middenhoven bis zum Viertel Westweig, sieben Stationen. 53 vom Zentralstation über Wiesperblein und Amstel-Station, dann Sparklerweg, Van der Madeweg, Düventrecht, Wenserpolder, Diemenzeid, Vereinsstuartweg, Ganzenhöf, Kraenest, Gasperblas. 54 vom Zentralstation über Wiesperblein und Amstel-Station, dann Sparklerweg, Van der Madeweg, Düventrecht, Strandlied, Station Bielmar Arena, Bulleweig, Holendrecht, Reigersbos, Gain. Straßenbahn von Amsterdam CS ausfahren zwei Straßenbahnlinien nach Amstel-Land. 5 Zentralstation, Leitzeptemberlein, Museumplein, Beethovenstraat, Zeid, Station Zeid, dann weiter über die Strecke der Snelltram 51 über Deberlelan und Berneluxbahn bis Amstelfeen-Binnenhof. 9 Zentralstation, Rembrandtplein, Wotaluplein, Plantage Middenlan, Linausstraat, Ost, Middenweg, Wotergrafsmeer, Diemen, Hartfeld-Soweck, Muiderstraatweg, Sneep. Mit dem Bus auch Buslinien in Amstel-Land sind in das Amsterdamer Verkehrsnetz integriert. 41 Muiderport-Station, Düventrecht, Gasperplass. 44 Station Bielmar Arena, Station Diemen-Zuid, Station Diemen, Diemen Nord. 46 Buix-Lotter-Meerplein, Nord, Station Diemen-Zuid, Station Düventrecht, Station Bielmar Arena, Holendrecht MC. 126 Station Bielmar Arena, Bulleweig, Holendrecht MC, Abkaude, Miedrecht. 136 Amstel-Station, Diemen. 142 Zentralstation, Busstation Marnixstrat, Haarlemmermeer-Station, Amstelfeen, Middenhoven, Wielnes. 146 Station Bielmar Arena, Bulleweig, Uta-Kerk-Ad Amstel, Amstelfeen, Oranjebahn, Grönelan, Middenhoven, Wielnes. 165 Station Seid, Buitenfeldert, Beneluxbahn, Olympia-Dellan, Amstelfeen, Busstation. 166 Station Seid, De Brak, Amstelfeen-Busstation. 170 Zentralstation, Busstation Marnixstrat, Haarlemmermeer-Station, Amstelfeen, Middenhoven, Wietuorn. 171 Station Seid, Amstelfen-Seweg, Amstelfeen, Busstation, Bovenkerk, Alsmeer. 172 Zentralstation, Busstation Marnixstrat, Haarlemmermeer-Station, Amstelfeen, Busstation, Westweig, Kudelstaat. 175 Station Bielmar Arena, Bulleweig, Uta-Kerk-Ad Amstel, Amstelfeen, Busstation, Bad Höwedorp, Haarlem-Ns. 199 Station Seid, Rembrandtlan, Amstelfeen, Busstation, Warthäusen, Middenhoven, Westweig, Bovenkerk, Zeltplatz Amsterdamsebos, Station Sripol, Sripol zu Eid P30. Nachtbus vom Zentralaltstation fahren Montag bis Sonntag zwei Nachtbuslinien der Amsterdamer GVB nach Amstel-Land sowie drei Linien des Regionalbusunternehmens Connexxion. 354 CS, Maunixstrat, Leitzeptemberlein, Van Wostrad, Rooseveltlan, Station Rai, Buitenfelderzelan, Beneluxbahn, Amstelfeen, Busstation, Grönelan, Amstelfeen, Warthäusen. 357 CS, Mund, Rembrandtplein, Plantage Middenlan, Linneusstrat, Middenweg, Diemen, Rungweg-Ost, Station Diemen, Udimalan, Station Diemenseid, Bielmar Meer, Ganzenhöf, Kraenest, Station Bielmar. An 70 CS, Maunixstrat, Leitzeptemberlein, Dilleresstrat, Haarlemmermeerstation, Amstelfeenseweg, Amstelfeen, Amsterdamseweg, Busstation, Van der Hooplan, Bovenkerk, Middenhovenuituorn, Miedrecht, Finkefehn. An 71 CS, Maunixstrat, Leitzeptemberlein, Dilleresstrat, Haarlemmermeerstation, Amstelfeenseweg, Amstelfeen, Amsterdamseweg, Busstation, Van der Hooplan, Bovenkerk, Beneluxbahn, Aalsmeerderweg, Aalsmeer, Kudelstaat. An 30 Haarlem, Hofdorp, Station Tripol, Amstelfeen, Busstation, Uterkerk a.D. Amstel, Burg, Strahmannweg, Bulleweig, Station Bielmar Arena. Individualverkehr Amsteland ist in das dichte Verkehrsnetz um Amsterdam verwoben. Die wichtigsten Verkehrsadern sind, A1 A10 Ost, Amersfurt, Apeldorn, Hängelow, Oldenzahl, Bab 30, Rheine, Osnabrück, A2 A10 Seid, Utrecht-Shertogenbosch, Eindhoven, Maastricht, BA25, Liege, A9 A1, Diemen, Amstelfeen, Welsen, Alpmar, Dekoi, Bei den Helder, N201 Sandford, Hemstede, Ringhofdorp, Aalsmeer, Uituorn, Luinen-Andefecht, Ringhildersüm, A27 N231 A9, Amstelfeen, Aalsmeer, Alphen-Andingrhein N232 Amstelfeen, Srepol-Ost, Haarlem. Amstelfeen Westeramstel Amstel Deignord 55, Buitenplatz, vor 1739, mit historischer Parkanlage und T-Kuppel. Regelmäßig finden auf dem alten Landgut Kunstausstellungen statt. Geöffnet, Donnerstag bis Sonntag 12 bis 16,30 h. Der Eintritt ist frei. Ostermeer Amstel Deignord 36, 37, 38 Landhaus mit historischem Park und T-Kuppel, 1728 Bauernhof Neutgedacht Amstel Deignord 93, 17. Jahrhundert Bauernhof Ud-Miel Amstel Deignord 147, 18. j. h. Landgut Höves Lothar Deignord 165, Bauernhaus, 17. Jahrhundert, Sommerhaus, 19. Jahrhundert. Meilenstein Amstel Deignord, Nähe 65, Obelisk, 1625, markierte das Rechtsgebiet von Amsterdam. Bahnfall Amsterdam-Sowegg bei 212. Obelisk, 1559, markierte das Rechtsgebiet von Amsterdam. Segemühle De Deckert Amsterdam-Sowegg 104a, 1906 Station Amstel Finn Bahnhof, 1920, an der früheren Eisenbahnstrecke Amsterdam-Halemmermeerstation, Aalsmeer, die heute teilweise von der Elektrischen Museumsstraßenbahn Amsterdam genutzt wird. Cobra Museum für Moderne Kunst Sand Bergplein Erster Tell, 020 bis 5.475.050 Das Museum besitzt eine Dauerausstellung von Arbeiten niederländischer moderner Künstler, vor allem von Mitgliedern der Cobra-Bewegung und andere Karel Appel, Constant, Conny und Jan Siavi. Darüber hinaus finden regelmäßig Sonderausstellungen von internationalen Avantgarde-Künstlern statt. Im Binnengarten des Museums ist ein japanischer Zen-Garten von Tahiri, der besonders für das Museum entworfen wurde. Haas ist ein Haiku, das nach den vier Elementen verweist. Die Platten aus Kortenstahl beziehen sich auf die Berge, Erde, das Meer, Wasser, ein Didiwocken, Luft, die Sonne, die auf das Kunstwerk leuchtet, symbolisiert das Feuerpunkt. Die Stahlplatten stehen auf einem Muster aus Kieselsteinen. Das fünf Meter hohe Bild auf dem Museumsvorplatz wurde extra von Karel Appel für das Museum hergestellt. Das Bild besteht aus vier Wasserausgängen und heißt daher auch DeFaunten. Es ist der einzige Brunnen, der jemals von Karel Appel angefertigt wurde. Die Faust in dem Brunnen steht für die Kraft und der Vogel für die Freiheit. Jeden Sonntag ist das Kinderatelier geöffnet, wo Kinder mit Zeichenutensilien sich mit moderner Kunst beschäftigen können. Geöffnet, Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 h. Am 25.12, 1.1, 30.4 Geschlossen Eintritt Erwachsene 9,50 Euro Kinder 5,18 Studenten Senioren 5 Euro Kinder minus 5 Gratis Rembrandt Pass M.JK gratis Museum Jan van der Tocht Das aus der Privatsammlung des industriellen Jan van der Tocht hervorgegangene Museum zeigt neben einer Dauerausstellung moderner Malereien und Skulpturen auch eine wichtige Sammlung moderner Glaskunst. Hierzu gehören spitzenerzeugnisse tschechischer Avantgarde-Glaskünstler wie Václav Ziegler, Liebensky und Eels Wasiček. Geöffnet, Mittwoch bis Sonntag 11 bis 17 h. 25.12 und 1.1 Geschlossen Preise Erwachsene 6 Euro Kinder minus 12, 1,50 Senioren, 65 plus, 3 Euro M.JK Elektrische Museum Tramlin Amsterdam Museums Straßenbahn auf der alten Lokalbahnstrecke von Amsterdam HLM Bovenkerk St. Urbanuskerk Norderm Erlahn 126. von Bierköpers 1887 bis 88 entworfene Kirche mit anliegendem Pastorat Bahnhof Bovenkerk Alter Bahnhof, 1915, an der ehemaligen Haarlemmer Meer Lokalbahn vom Amsterdam Haarlemmer Meer über Amstelfin und Bovenkerk nach Uitorn und Aalsmeer. Heute ist hier der Endpunkt der elektrischen Museumsstraßenbahn Amsterdam, EMA Nessander Amstel St. Urbanus Amstel Deik zu id 144. 1889 bis 91 von Josef Köppers entworfene Kirche mit Dienstwohnung des Pfarrers. Garten Aalsmeer Bis Sonntag 13.30 bis 16,30 h Preise Erwachsene 3,50 Euro Senioren, 65 plus, 3 Euro Kinder minus 12, 1 Euro und 75 Cent M.JK gratis Kombikarte mit Bootsfahrt Erwachsene 8,49 Euro Kinder minus 12, 4 Euro und 25 Cent Nur Bootsfahrt Erwachsene 6,50 Euro, die Kinder 3,25 Euro Flora Holland Aalsmeer vom Besucherzentrum geht es über eine Galerie zum Versteigerungskomplex Von dort blickt man in die Versteigerungshallen, wo die Blumen angeboten werden, wo die Bieter die Produkte zeigen und die Einkäufer von den Tribünen aus Geschäfte machen Entlang der Route wird in vier Sprachen, UA auf Deutsch, der Verlauf der Versteigerung erklärt Geöffnet, Montag bis Freitag 7 bis 11 J Je früher man erscheint, desto besser ist es Eintritt, Erwachsene 5 Euro Kinder, 6 bis 11, 3 Euro Kombikarte Aalsmeer Erwachsene 12,50 Euro Kinder 7,25 Mit einer Kombikarte werden der Besuch der Versteigerung mit einem Spaziergang durch den historischen Garten und einer Rundfahrt von Aalsmeer aus über die Weste in der Plassen kombiniert Das Angebot gilt nur Dienstag, Mittwoch, Freitag vom 17.4. bis 5. Oktober Belizistrat 28 A 1863 wurde die Mühle von ihrem ursprünglichen Standort ins Zentrum des Dorfs versetzt Punkt wo sie auf eine gemauerte Galerie gesetzt wurde Bis ca. 1930 war sie in Betrieb, verfiel aber danach Bis in die 70er Jahre wurde sie geregelt restauriert, verfiel aber auch wieder Zuletzt war von ihr nicht mehr über als ein mit Plastikplane bedecktes Skelett Die Stadt kaufte die Mühle 1994 und stellte sie wieder her 1996 war die Mühle wieder betriebsfähig und drehzeitdem regelmäßig In den beiden Mahlgängen wird vor allem Weizen gemahlen, der in der Mühle verkauft wird Belé kann die Plusa nachmittags besichtigt werden bzw. es können Mehlerzeugnisse gekauft werden Für die Besichtigung muss ein kleiner Obolus gezahlt werden Mühle de 2. Rother Mr. Jag Tarkade 10. ehemalige Poldermühle von 1778, die 1866 zur Kornmühle umgerüstet wurde Nach 1919 wurden die Innereien größtenteils entfernt und bis ondai 70er Jahre des 20. JHS Verfiel der schwarze Reiter zusehends Erst 2002 wurden sie gerade gesetzt, seit 2007 dreht sie wieder ihre Flügel Die Mühle wird bewohnt und kann nicht besichtigt werden Sturmmeermohlen Sturmmeerkade 100. diese Poldermühle entwässert den kombinierten Sturm- und Hornmeerpolder Die erste M Kudelstaat Fort bei Kudelstaat Kudelstaat Weg 96, Woven-Troost Fort mit Gräben und Erdwellen Weitere Infos Stelling von Amsterdam Ui Thuorn Nederlands Herr von de Kerk Amstel deignord erster auch Dammerkerk genannter Bau von 1834 Bahnhof Ui Thuorn Bahnhofsgebäude, 1911, der früheren Haarlemmer Meer Lokalbahn, die von Amsterdam Haarlemmer Meer Station über Amstelfeen, Bovenkerk nach Ui Thuorn und dann weiter nach Miedrecht und Luinen an de Fecht führte Der Personenverkehr wurde 1950 beendet, der Güterverkehr 1986 Heute befindet sich in dem alten Bahnhof ein Café-Restaurant Auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände ist auch noch ein Wärterhaus mit der Nummer 45 zu finden Auch der alte Bahnsteig und das Klohäuschen sind noch vorhanden De Quackel Neutgedach Botadeig 77. Langhaus Bauernhof, Beginn 20. Jahrhundert, Leewaden Botadeig 91. Langhaus Bauernhof, 1894 Fort bei de Quackel Hetford 55, de Quackel Nähere Infos Stelling von Amsterdam Uta Kerk an der Amstel Kleines Dorf direkt an der Amstel, die älteste Siedlung in Amstel-Land mit vielen Sehenswürdigkeiten Düventrecht Zephiers Höwe mit angebautem Sommerhaus Rieksstratweg 226. Bauernhof von 1883 Letzte Reste des einstländlichen Düventrecht Antonius Höwe mit angebautem Sommerhaus Rieksstratweg 228. Bauernhof von 1889 Letzte Reste des einstländlichen Düventrecht Die Emen Schulkerk der Hopart Felsiveck 23. 1786 bis 87 erbaute katholische Schlupfkirche, in der die Katholiken ihre illegalen Gottesdienste abhalten konnten Zu jenem Zeitpunkt waren die einschränkenden Maßnahmen gegen den Katholizismus allerdings schon ziemlich aufgeweicht, das heißt sie durften ein Gebäude für ihre Messen errichten, es durfte lediglich von außen nicht als solches erkennbar sein Zu jenem Zeitpunkt konnten übrigens in Amsterdam schon die ersten legalen römisch-katholischen Kirchen gebaut werden 1882 wurde neben das Gebäude eine Pfarrei gesetzt, 1910 eine neue Kirche gebaut, St. Petrus banden Nehob diente von da an nur noch als Lager- und Versammlungsraum 1990 brannte das Gebäude ab und wartete ziemlich lange auf eine Restaurierung Acht Jahre später wird der Hoop die Hoffnung, von der Amsterdamer Restaurierungsgesellschaft St. Charleston wieder in einen vorzeigbaren Zustand versetzt und dient seitdem als Saal für Empfänge, Ausstellungen und Konzerte für Kammermusik Niederländisch-israelitischer Friedhof Udi Malan 146. 1913-14 eröffnet der Friedhof der Hochdeutsch-Jüdischen Gemeinde, nachdem der alte Friedhof im Amsterdamer Osten, Zeburg, heute vorwiegend Flewopark, zu voll wurde Auffallend bei diesem Friedhof sind die Ohrnen, die während der deutschen Besetzung in den Lagern eingeäschert wurden Jüdische Tote werden normalerweise nicht verbrannt Der Friedhof ist zu den üblichen Zeiten geöffnet Passende Kleidung, Kopfbedeckung, in Acht nehmen Jacht an Wieslust-Owerdemerweg 13. Querhausbauernhof, im Kern 18. Jahrhundert Grenzpfal Udi Malan bei 553. bezeichnete die alte Gemeindegrenze zwischen Amsterdam und Wotegrafsmeer, um 1896 Tankstelle der Blockhut-Muider-Stratweg 59, 1938-39 Grüngebiet Amsteland Das Grüngebiet Amsteland befindet sich am Rande Amsterdams und umfasst sowohl eine alte Kulturlandschaft als auch zwei große Seen mit Möglichkeiten zur Erholung auf und an dem Wasser Fahrradfahren und Wandern sind hier ebenso möglich wie Schwimmen, Sonnen, Tauchen und Surfen sowie Golfspielen Das Grüngebiet Amsteland